Wenn du diesen Safe knackst, bekommst du das Mystery-Geschenk, das darin liegt. Maurice wollte, dass ich es mit einem alten Nokia versuche. Das muss doch klappen. Mal schauen, was dieses Kulthandy so ausrichten kann. Ich schlag einfach mal drauf. Naja, also das funktioniert noch nicht. Planänderung. Wir werden das Nokia jetzt einfach auf den Safe schmeißen. Safe ist bereit, Handy ist bereit und Wurf. Das Handy hat es leider nicht überlebt. Ist übrigens natürlich schon davor defekt gewesen. Und dem Safe hat es eigentlich auch nicht viel ausgemacht. Welchen Knackversuch sollen wir als nächstes machen? Schreibt es jetzt in die Kommentare.